Willkommen bei UNIA Research2Go, dem Wissenschaftspodcast der Universität Augsburg. Mein Name ist Sabine Dörring-Manteufel, als Präsidentin der Universität, aber auch als Ethnologin interessieren mich alle Themen an der Universität Augsburg. In diesem Podcast möchte ich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsideen und auch über ihre Forschungsergebnisse sprechen und darüber, woran sie gerade arbeiten, was sie inspiriert und was sie auf ihren Weg gebracht hat. Heute geht es um die deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters. Mein Gast ist Prof. Dr. Anna-Kathrin Bleuler. Prof. Anna-Kathrin Bleuler ist seit April 2023 an der Universität Augsburg und sie bekleidet eben diesen Lehrstuhl. Für deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters an der philologisch-historischen Fakultät. Sie ist in Zürich geboren, hat in München gelebt und zuletzt in Salzburg gearbeitet, ist also mit drei deutschsprachigen Ländern vertraut. Sie ist von Haus aus Diplom-Schauspielerin, war auch Radio- und Synchronsprecherin, hat Theaterwissenschaften und Linguistik studiert und sagt von sich selbst, ihr Beruf ist ihr Hobby. Herzlich willkommen im Studio, Frau Bleuler. Uns beide verbindet ein außergewöhnlicher Gegenstand, ein regelrechter Schatz. Er ist leider zu groß, zu schwer und auch zu kostbar, als dass sie ihn hätten heute mitbringen können. Ich mache es also spannend. Sie lösen es auf, worum es geht. Ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Gerne sage ich was zu diesem Schatz. Es handelt sich hierbei um die grösste mittelalterliche Lyrik-Handschrift. Und zwar ist das der Kodex Manesse. Das ist im Moment ein Forschungsgegenstand, an dem wir am Lehrstuhl und auch im Rahmen eines Projekts arbeiten. Und ich muss schon sagen, es hat auch viel mit Ihnen zu tun, denn Sie haben mir sehr dabei geholfen, dass bei meiner Berufung dieses Buch, und zwar nicht im Original, sondern in einer originalgetreuen Nachbildung, an der Universität Augsburg angeschafft werden konnte. Wir sind darauf angewiesen, quasi mit diesem Buch zu arbeiten. Und das ist im Moment hier sehr gut. Frau Breuler, können Sie uns noch ein bisschen mehr über diese, das ist ja eine Handschrift, erzählen? Sie ist, wenn ich richtig informiert bin, um 1300 entstanden, gehört auch zum UNESCO-Weltdokumentenerbe, ist also offenkundig sehr kostbar. Genau. Also leider können wir es jetzt hier nicht visualisieren. Aber ich denke, dass die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Buch zumindest einzelne Abbildungen schon mal gesehen haben. Es ist die größte deutschsprachige Lyrik-Handschrift. Sie enthält die Werke von 140 mittelalterlichen Lyrikern. Und diese Lyriker waren aktiv zwischen ungefähr 1160 und 1300. Also ein Zeitraum von über 150 Jahren, der hier abgedeckt wird. Diese Lyriker waren damals quasi als Vortragskünstler unterwegs und sind von Hof zu Hof gezogen, haben ihre Lyrik vorgetragen. Und ich glaube, der prominenteste Vertreter ist bis heute Walter von der Vogelweide, damit man sich so ein bisschen orientieren kann. Und diese Lyriker haben, das wissen wir, obwohl wir es nicht haben, ihre Texte auch aufgeschrieben. Aber eben jeweils dann auf irgendwelchen Einzelblättern oder in kleinen Büchleins. Und die sind im Laufe der Zeit natürlich verschollen. Unser großes Glück ist, dass es bereits im späten Mittelalter Sammler gab. Irgendwelche, sage ich mal, reichen Leute, die sich für die Kultur interessiert haben und versucht haben, diese Kulturform sozusagen zusammenzutragen und zu archivieren. Und einer dieser Sammler war eben Rüdiger Manesse. Das war kein Adliger, sondern ein Stadtpatrizier. Also eigentlich jemand aus dem bürgerlichen Milieu in der Stadt Zürich, der den Auftrag gegeben hat um 1300. Man soll mal die Lyrik aller dieser Vortragskünstler aus dem ganzen deutschsprachigen Raum sammeln. Also es ist wirklich ein unfassbares Werk. Die haben über Jahrzehnte aus dem gesamten deutschsprachigen Raum die Lyrik auf Einzelblättern in kleinen Blüchlein gesammelt und in dieser großen Sammelhandschrift zusammengetragen. Man muss sagen, dass einen Großteil der mittelalterlichen Lyrik würden wir gar nicht kennen, wenn wir diese Handschrift nicht hätten. Darf ich noch eins anmerken, weil das ist jetzt quasi für die Kenntnis der Menschen interessant. Also Walter sagt vielleicht den Leuten was, aber das Verrückte ist auch, dass sie zu jedem Autor ein Autorenporträt gemacht haben. Eine kleine Miniatur, beziehungsweise sogar eine grössere, wo sie den Autor darstellen, bildkünstlerisch darstellen. Und das gehört zu den frühesten Zeugnissen weltlicher Buchmalerei. Und diese Bilder sind, glaube ich, weltweit bekannt. Also Walter von der Vogelweide in der Denkerpose aus so einer kleinen Anhöhe zum Beispiel. Das hört sich ja extrem spannend an. Vielleicht noch mal zu diesem Rüdiger Manesse. Das ist ja anscheinend ein sehr weitsüchtiger Mann gewesen. Hat der das alles abschreiben lassen? Oder hat man aus irgendwelchen Handschriften das zusammengetragen und dann nur zusammengeheftet? Es ist ganz eindeutig abgeschrieben worden. Also die Handschrift, die sieben Kilo umfasst und wirklich ganz, ganz viele Seiten, es ist ein ganz dickes Buch, ist zu 80 Prozent von einem Schreiber erstellt worden. Also ein Schreiber hat auf der Basis von ganzen, sage ich mal, Ansammlungen an kleinen Zetteln und Heftern diese Lyrik abgeschrieben. Das Verrückte ist, also wir wissen über diese weltliche, volkssprachige Schriftkultur sehr wenig. Sie müssen wissen, wir befinden uns hier quasi noch immer in den Anfängen der deutschsprachigen Schriftkultur. Es ist ziemlich klar, dass das nicht in einem klösterlichen Skriptorium geschehen ist. Allein deswegen schon, weil viele der Inhalte nicht ins Kloster gehören. Aber wir wissen bis heute nicht, in was für Skriptorien diese Handschriften erstellt wurden. Man weiss bis heute nicht genau, wo in Zürich die Handschrift erstellt wurde. Es muss ein professioneller Schreiber gewesen sein. Das Schriftbild sieht teilweise aus wie gedruckt. Einer, der am lateinischen Schrifttum auf jeden Fall geschult war. Und Rüdiger Manesse war ein Kulturliebhaber. Wir haben ein paar wenige historische Zeugnisse zu ihm. Unter anderem findet sich im Kodex Manesse selber ein sozusagen Widmungs- und Verehrungsgedicht. Und da wird beschrieben, dass er ein solcher Fan war von dieser Kunstform, dass er sich zusammen mit seinem Sohn ganz, ganz lange und mit ganz viel Mühe darum bemüht hat, diese Lyrik aus dem deutschsprachigen Raum zusammenzukriegen. Jetzt haben wir so einen Blick geworfen in so eine Züricher Schreibwerkstatt der Zeit um 1300. Das ist ja eine sehr faszinierende Sache. Da sitzt jetzt jemand, der kann schreiben, der ist an der lateinischen Sprache geschult, der fängt an volkssprachlich zu schreiben. Um diese Zeit fängt das ja so langsam aber sicher an, auch nicht nur in weltlichen, sondern auch in religiösen Texten. Und der schreibt das jetzt nun alles ab. Gibt es solche, Sie haben es Skriptorium genannt, Gibt es die auch in anderen Städten oder ist das eine Züricher Spezialität? Das ist keine Züricher Spezialität. Wir haben aus dieser Zeit, eigentlich beginnt das Ende des 13. Jahrhunderts, erste Handschriften und zwar wirklich teilweise repräsentative Handschriften, wo mittelhochdeutsche literarische Texte abgeschrieben drin sind. Also das betrifft nicht nur die Lyrik, das betrifft auch die Epik. Also wenn man jetzt ans Nibelungenlied denkt oder wenn man an den Tristan oder den Parzival denkt, da haben wir früher Handschriften aus der Zeit Ende 13. Jahrhundert. Unterschiedliche Orte, überwiegend süddeutscher Raum, bayerisch-österreichischer, alemannischer Sprachraum. Also da ging das wohl früher los. Wir haben es aus dem ESAS, wir haben es also aus verschiedenen Gebieten im deutschsprachigen Raum. Aber wir können die Schreiberzentren sozusagen nicht haptisch oder nicht irgendwie lokal genau definieren. Wir haben keine Hinweise. Wo waren die? Waren die in irgendwelchen Bürgershäusern untergebracht? Wo haben die gearbeitet? Oder vielleicht in der Stadtverwaltung? Darüber können wir nur spekulieren. Also das hört sich sehr interessant an, denn ich kann mir vorstellen, dass in den damals europäischen Weltstädten wie Paris oder Prag oder Heidelberg, wenn man mal diese drei großen Städte, die auch sehr frühe Universitäten hatten, spielen die da eigentlich eine Rolle? Die Universitäten zu der damaligen Zeit. Ja, also die erste Universitätsgründung war ja Mitte 14. Jahrhundert in Prag, also im Heiligen Römischen Reich, also sozusagen nördlich der Alpen. Davor haben wir natürlich Bologna und so weiter. Aber wir befinden uns hier ehrlich gesagt noch nach wie vor im Zeitalter einer deutschsprachigen Laienkultur. Wir haben diese Universitäten noch nicht. Heidelberg, Köln und so weiter. Das kommt alles später. Wir sind hier, und das ist übrigens etwas, was mich an vielen dieser Texte wahnsinnig fasziniert. Sie zeugen von einer unheimlichen Intellektualität und Gelehrsamkeit, aber auch was die Autoren betrifft, diese deutschsprachigen Autoren. Wir wissen im Grunde so gut wie nichts über ihre Bildung. Die sind keine Mönche und keine Kleriker, die da in Klöstern arbeiten, sondern das sind Freischaffende, Intellektuelle, Künstler, die wohl Schreiben und Lesen gelernt haben, aber die zum großen Teil, so müssen wir heute sagen, autodidaktisch ihr Wissen sich angeeignet haben. Und nicht nur Autodidakten, das ist sicherlich ein ganz interessanter Gesichtspunkt, sondern sich auch changierend bewegen zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Ich glaube, dass wir heutigen Menschen, die ja sehr stark von der Schriftlichkeit auch geprägt sind und von den reproduzierbaren Bildern, dass wir gar keine Vorstellung mehr darüber haben, wie eine Gedächtniskultur in diesem spätmittelalterlichen Umfeld funktioniert hat. Die müssen das ja immer memorieren, diese Texte, immer wieder aufs Neue, wahrscheinlich auch mit Variantenbildung, dass der Text dann nicht immer so astrein daherkommt, sondern in der nächsten Stufe schon wieder so ein bisschen anders. Jetzt haben wir hier so eine normativ-statische Version von diesen Texten. Sie können jetzt heute in Augsburg an diesem berühmten Text forschen. Wie geht das? Okay, also zunächst mal haben wir von Ihnen eben dankenswerterweise diese originalgetreue Nachbildung. Das nennt man im Fachbegriff Faximile. Das ist für uns eine wichtige Voraussetzung. Dann gibt es natürlich die Digitalisate, also die Bilder sind auch abfotografiert worden und im Netz zu haben. Aber grundsätzlich muss man sagen, befindet sich diese Handschrift, diese Zürcher Handschriftkodex Manesse in Heidelberg. Sie ist dort in der Universitätsbibliothek Heidelberg und eine wichtige Sache, da hilft das Faximile nichts, da helfen die Fotografien nichts. Wir arbeiten mit der Leiterin der Handschriftenabteilung dort zusammen, denn immer wieder kommen wir an Punkte, wo wir sagen, das können wir jetzt nicht weiter sehen. Zum Beispiel, wenn es um die Bindung des Buches geht, um die Erkennung der Lagenstruktur. Und dann klettert sie, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, in diesen Bunker, wo diese Originalhandschrift wirklich vor der Menschheit versteckt gelagert wird und schaut sich die Sachen im Original an. Also das ist für uns im Moment eine wichtige Person, mit der wir interagieren. Und dann habe ich also erstens mal zwei Mitarbeiter hier und wir haben einen Projektpartner an der Universität Konstanz plus dort auch noch eine Mitarbeiterin. Also wir sind ein Team, ein Kernteam von fünf Leuten und dann haben wir noch diverse Kooperationspartner. Das sind Spezialistinnen und Spezialisten aus dem gesamten, sage ich mal, deutschen und über den deutschen Sprachraum hinaus, die zum Beispiel mit Überlieferung, mit Lyrikgeschichte, also bestimmte Spezialisierungen mitbringen. Und wir treffen uns einmal im Jahr mit all diesen Spezialisten, während Corona online, jetzt wieder live, tragen unsere Forschungsergebnisse vor und diskutieren sie mit ihnen. Also so arbeiten wir und mit den Konstanzern, unseren Projektpartnern, haben wir in ganz regelmäßigen Abständen Projekttreffen online und persönlich. Und vielleicht kann ich noch einen Satz dazu sagen, weil Sie vielleicht sich fragen mögen, ja, um Gottes Willen, was soll man an so einer Handschrift nach 150 Jahren Forschung überhaupt noch untersuchen? Ich möchte sagen, dass von den 140 Autoren, sage ich mal, im 19. Jahrhundert eigentlich, als diese gesamte Forschung losging, eine bestimmte Gruppe definiert wurde, die man unter den Gesichtspunkten der damaligen Zeit für sehr toll hielt, ja. Da gehört Walter von der Vogelweide ganz prominent dazu. Im Prinzip ist damals eine Kanonisierung der Autoren erfolgt, die dazu geführt hat, dass etliche Autoren, die in dieser Handschrift sind, bis heute nahezu unerforscht sind. Keine Übersetzungen der Texte ins Neuhochdeutsche, keine Interpretationen, teilweise kleine Lexikoneinträge, die also völlig aus der Luft gegriffen sind, weil es keine Forschung dazu gibt. In unserem Projekt geht es darum, uns mit den wenig erforschten Autoren auseinanderzusetzen und in dem Zusammenhang auch die Geschichte der Entstehung dieser Handschrift genauer zu untersuchen. Woher kommen die, aus was für Material wurde das zusammengetragen, wie wurde eigentlich der Aufbau der Handschrift sozusagen gedacht, was für eine Struktur liegt dem Ganzen zugrunde. Also das sind Fragestellungen, die wir haben. Das ist ja fast so eine Art Handbuch, ein Handbuch der mittelalterlichen Lyrik von einem Kunstliebhaber und einem Lyrikliebhaber zusammengetragen in weitsüchtiger Perspektive. Jetzt könnte ja heute jemand kommen und sagen, ach, dieser alte Kram, warum erforscht man denn noch Gedichte oder was auch immer es im Einzelnen ist, die um 1300 geschrieben wurden. Das sagt uns doch heute gar nichts mehr. Jetzt mühen die sich da ab in diesem kleinen Kreis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und erforschen das so vor sich hin und dann lagert das Ganze auch noch in einem Bunker. Also am Endeffekt, was liest man denn als Wissenschaftlerin daraus? Ist das so eine Welterfahrung dieser Zeit? Also ich persönlich muss sagen, es ist zunächst mal gesagt unser aller kulturelles Erbe. Und ich glaube, beziehungsweise ich fühle mich im Prinzip dazu, berufen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe es irgendwo als meine Aufgabe gesehen. Es braucht ein paar Leute auf der Welt, der sich mit einem solchen kulturellen Erbe auseinandersetzt. Weil, wenn man das nicht mehr tut, ist es irgendwann weg. Also das Wissen darüber wird irgendwann verschwinden. Jetzt haben wir natürlich, wenn es um die Bestände des Mittelalters geht, sei es Artefakte, seien es Texte, eine Tradition, die aber auch nicht ungebrochen aufs Mittelalter zurückgeht. Also man muss sagen, das hat wirklich Anfang 19. Jahrhundert angefangen, diese Rückbesinnung überhaupt aufs Mittelalter. Wichtige Namen in dem Zusammenhang wären die Brüder Grimm zum Beispiel, Karl Lachmann. Hier ging es primär einmal darum, der deutschen Kultur, der gegenwärtigen Kultur, ein eigenes Fundament zu schaffen. Es ging darum zu sagen, es gibt nicht nur die griechische und die römische Antike, wir haben unsere eigene Antike, wir haben unser eigenes Altertum und das ist nun einmal das deutschsprachige Mittelalter, weil davor haben wir keine Schriftlichkeit in deutscher Sprache. Also im Prinzip geht es darum, dass man sich an die Anfänge der deutschen Sprach-, Kultur- und Literaturgeschichte begibt. Und jetzt auf der einen Seite kann man sagen, es braucht ein paar Schatzhüter sozusagen, aber es gibt immer noch ein grosses Erkenntnispotenzial und da kann man sicher sehr unterschiedliche Dinge nennen. Zu sehen, dass wir in einer Zeit leben, die eine sehr viel längere Geschichte hat, als man vielleicht im Gemeinen hin mal so denkt, ja. Häufig beginnt man mit Erzählungen erst im 20. Jahrhundert, gibt einem eine andere Sicht auf die Gegenwart. Also man sieht halt gewisse Entwicklungen, seien sie jetzt kultureller oder auch historischer oder sprachhistorischer Natur, einfach anders. Also das ist vielleicht so die tiefen Dimensionen, die dieses Fach und die Beschäftigung mit diesen alten Texten ganz übergeordnet gesagt bringen kann. Also das war mir jetzt ganz wichtig, dass wir über diese Dimension sprechen, dass ein Fach wie die Mittelalter-Germanistik jetzt nicht einfach nur für sich irgendetwas erforscht, sondern dass da sehr große kulturelle Zusammenhänge zu erleben, zu erfahren sind und man braucht natürlich Spezialkenntnisse, um überhaupt zu verstehen, was da los ist. Man muss sicherlich auch aus dieser Zeit, und Sie werden da ein sehr breites Wissen haben, auch die Rahmenbedingungen bedenken. Es ist die Zeit der Kreuzzüge. Es entwickelt sich in Europa sehr viel. Wir haben schon vorhin darüber gesprochen, dass sich vielleicht 50 Jahre später die ersten Universitäten nördlich der Alpen, also eine ganz andere Gelehrsamkeit entwickelt, die einen weltlichen Zug hat statt nur einen kirchlichen Zug. Wir wissen wenig, wir wissen auch zu wenig darüber, wie weit nicht nur diese Texte, sondern andere auch bis in die antike Überlieferung zurückreichen und vielleicht bestimmte Erzählmotive und ähnliche Dinge hier wieder auftauchen, die vielleicht mal aus einer anderen Kultur, möglicherweise auch aus einer arabischen Welt oder so, stammen. Denn auch das ist ja ein ganz wichtiges Element dieser Zeit. Also Sie bewegen sich ja mit diesem Text in einer kulturhistorisch extrem interessanten Phase. Dazu möchte ich vielleicht noch kurz was sagen aus der Fächerperspektive. Also mein Fach gehört in den Bereich der Germanistik, und die Germanistik besteht aus verschiedenen Teilgebieten. Die interagieren natürlich. Germanistische Linguistik, neuere deutsche Literatur und dann eben die ältere deutsche Sprache und Literatur. Was mich an diesem Teilgebiet schon immer fasziniert hat, ist, dass wir hier sozusagen die Kompetenzen zusammenbringen müssen. Voraussetzung ist, dass man quasi die linguistischen Kompetenzen hat. Man muss die Sprache, diese frühere Stufe der deutschen Sprache, erstmal lernen, um die Texte überhaupt verstehen und lesen zu können. Dann aber geht es natürlich um die literarischen Erzeugnisse. Und wir haben einen sehr weiten Literaturbegriff. Für uns ist das pragmatische Schrifttum auch vollkommen mit drin. Didaktische Texte, moralische Texte. Übrigens ganz spannend auch die ganze politische Dichtung. Das ist das Sprachrohr der Höfe der damaligen Zeit gewesen. Es gab kein Radio und all diese Medien nicht. Das waren die Vortragenden, die Rezitatoren, die gesanglich und in Strophenform die politischen Positionen des Hofes verkündet haben. Also auch das gehörte in unserem Bereich. Das möchte ich sagen. Also wir brauchen die sprachlichen Kompetenzen, wir beschäftigen uns mit Texten und wir müssen uns mit der Kultur und der Geschichte auseinandersetzen, um die Texte überhaupt verstehen zu können. Hier kommen diese ganzen Bereiche zusammen und das ist eigentlich das, was mich auch an dem Fach immer fasziniert hat. Ja, also vor meinem geistigen Auge entsteht jetzt so eine Szenerie. Mittelalterliche höfische Kultur, man feiert ein großes Fest vielleicht und es kommen dann diese Leute, die Sie gerade geschildert haben, die tragen dort was vor. Die tragen dort vielleicht bei einem Parkett oder etwas Ähnliches, tragen dann diese Gedichte vor. Die Leute hören sehr aufmerksam zu, weil sie haben auch gar kein anderes Medium. Es ist ja auch ein Teil einer Mediengeschichte. Richtig. Das da muss man sich, glaube ich, auch vor Augen führen. Wir sind noch nicht bei der ersten Medienrevolution, aber nicht weit davon entfernt. So ist das. Und dann haben wir jetzt also diese Wanderlyriker oder ich weiß nicht, wie man die richtig nennt. Ja, also es ist schon die Frage, wir wissen sehr wenig über sie. Die kommen aus allen verschiedenen Gesellschaftsschichten. Es gibt die fahrenden Dichter, aber es muss auch die Hochadligen gegeben haben, die sich in diesen Kunstformen betätigt haben. Das ist sehr gemischt. Aber Sie haben recht, also es gibt sozusagen den Bereich der Medialität. Also wir untersuchen eben auch das, was wir schriftlich überliefert haben, unter dem Gesichtspunkt der Mündlichkeit dieser Texte. Und das sind übrigens auch Reflexionsmedien für, sage ich mal, gegenwärtige Medien, theoretische Fragenstellungen. Und dann natürlich die Materialität, also diese Schriftkultur, die da überhaupt erst ihre Anfänge hat. Trägermaterialien, Pergament, Sie haben es schon gesagt, lange überlieferbar, offenkundig. Ja, also Pergament hat lange gehalten, wobei, also das muss ich eben dazu sagen, auch nur, weil es um 1300 diese Sammler-Tätigkeit gab, überlebt haben in den Bibliotheken und den Archiven und den Privathaushalten in erster Linie die repräsentativeren Sammelhandschriften. Alles, was auf Einzelblättern war, hat die Jahrhunderte nicht überdauert. Ja, und da wissen wir natürlich dann nicht, was das alles war. Da kann ja noch viel im Verborgenen gewesen sein, vor allen Dingen eben auch, was aus den Klosterbibliotheken herauskam. In der Zeit um 1800, man hat dann manches verbrannt und manches hat man für den Straßenbau verwendet oder wie auch immer. Auch da ist nochmal viel, dann natürlich die Weltkriege, das ist ganz klar. So, aber ich möchte Sie noch was fragen. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, Sie sind Diplom-Schauspieler. Ja, das ist ein Begriff, den wir, glaube ich, so erstmal aufgelöst wissen wollen. Was ist das, eine Diplom-Schauspielerin? Naja, ich habe nach der Matura in Zürich zwar direkt angefangen, Germanistik zu studieren, habe aber gleichzeitig eine dreijährige Schauspielausbildung in Zürich gemacht und diese Ausbildung, das ist, glaube ich, heute nicht mehr so, wo alles modularisiert ist, hat man damals mit Diplom abgeschlossen. Und was heißt das dann? Also kann man sich dann bei Film, Funk und Fernsehen bewerben oder wie geht es? Ja, also ich bin dann, ich war da relativ früh schon fertig und dann, ich habe das sehr früh gemacht und bin dann, um mein Studium fortzusetzen, nach Deutschland gegangen und bin dann sofort irgendwie in diese offizielle Kartei, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, deutschlandweite Kartei der Bühnenschauspielerinnen und Schauspieler aufgenommen worden. Und damit ist man in dem Berufsstand und kann offiziell in dem Beruf arbeiten. Also das ist ja ein sehr, sehr ungewöhnlicher Lebenslauf. Sie sind die einzige Person, die ich kenne, die diesen, sozusagen diesen Sprung gemacht hat, von der Schauspielerei bis hin zur Professorin für mittelalterliche deutsche Literatur. Aber wie macht man das? Naja, also so weit voneinander weg ist es nicht, denn es ging bei mir wirklich alles von dem Wunsch aus, den ich tatsächlich schon hatte und das sage ich jetzt nicht einfach so, Germanistik zu studieren und zwar schon mit 13. Nur ich wusste nicht, was man mit Germanistik überhaupt im Leben machen kann. Also Lehrerin wollte ich nie werden. Und ich bin dann einfach über die Beschäftigung mit Literatur, mit Texten, mit Sprache ins Schultheater gekommen und habe das eigentlich immer als etwas für mich gesehen, was sehr stark zusammengehört. Einerseits eher die theoretische Auseinandersetzung mit Texten, andererseits diese künstlerische. Das hat mich lange sozusagen als sehr zusammengehörend, ist mir das erschienen. Und dann wollte ich eben nach der Matura Germanistik studieren, aber bin über mein ganzes Theaterengagement während der Schulzeit quasi dann in diese Schauspielgeschichte gekommen, wusste aber immer, dass ich nicht quasi mein Leben als Berufsschauspielerin verbringen möchte. Also da gab es verschiedene Gründe, dass mir das nicht so ganz entspricht. Und deswegen habe ich eigentlich von Anfang an Germanistik auch studiert, auch während meiner aktiven Zeit als Schauspielerin. Und als das Studium fertig war, ich muss es ehrlicherweise so sagen, ich bin einfach an der Uni hängen geblieben. Ich glaube, das geht vielen so, Frau Bleuler, weil man natürlich auch von der Schule her gar nicht weiß, wie bleibt man denn an so einer Universität hängen in dem Sinne. Man muss da reinwachsen. Richtig. Also ich wusste auch nicht, als ich Germanistik studieren wollte, dass es hier verschiedene Teilbereiche gibt. Das hat sich alles im Laufe des Studiums eigentlich ergeben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn es ist ja durchaus ein Spezialgebiet, das sich nicht so ohne weiteres erschließt, schon gar nicht mit Schulwissen. Da streift man das wahrscheinlich, nur wenn überhaupt. Ich habe da keine Erfahrung, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ja, also ich möchte dazu sagen, bei mir stimmt das nur unter Vorbehalt. In dem Gymnasium, wo ich war, hatte ich eine Deutschlehrerin und ich würde sagen, die ist für mich bis heute prägend. Die war nämlich eigentlich Assistentin an der Uni und ist nachher Professorin in Zürich geworden. Das ist heute, glaube ich, sehr unüblich, dass solche Leute dann noch Gymnasialklassen unterrichten. Aber die hat uns erstens immer so ein bisschen diesen universitären Spirit mitgegeben, was mich schon fasziniert hat. Und zweitens mit uns sehr viel Mittelhochdeutsch gemacht. Und ich glaube, das hat mir dann, als ich an die Uni kam, ich wusste zwar nicht, wo, wie, was, aber als das plötzlich da war als Thema, konnte ich anknüpfen. Und andere scheuen sich davor. Die denken, ach, jetzt kommt der Mittelhochdeutschkurs, ja, oder der Althochdeutschkurs. Und das ist alles so kompliziert, kann ich das überhaupt und so? Ja, also in den Lehrplänen der Bayerischen Gymnasien ist es heute in der siebten Klasse drin. Und ich persönlich halte das eigentlich für zu früh. Also die Schülerinnen und Schüler sind da noch so jung, ich weiß nicht, wie viel die da wirklich mitnehmen. Und die Abneigung ist nachher vielleicht, weil es schwierig ist, vielleicht größer als der Nutzen. Aber wir teilen da eine Erfahrung. Ich hatte einen solchen Geschichtslehrer, der war auch an der Uni und der hat mich bis heute geprägt. Ach, wirklich, ja. Weil der hat damals, das ist jetzt aus den 70er Jahren, der hat zum Beispiel den Aspekt der Sozialgeschichte, der gar nicht im Lehrplan war, den hat der in die Schule getragen. Und da profitiere ich heute noch davon, weil der die Autoren auch vermittelt hat. Und wer sich interessierte in so einem Leistungskursgeschichte, der konnte von dem sehr, sehr viel lernen. Also insofern wäre das auch heute, glaube ich, noch eine gute Anregung, dass Lehrkräfte durchaus zwischen Universität und den Schulen vielleicht ein bisschen durchlässiger sind, dass man diese Dinge, auch dieser Enthusiasmus, die die dann auch mitbringen, dass man denen wirklich, Sie sehen ja, also in unseren beiden Fällen waren das prägende Lehrpersonen. Absolut, ich gebe Ihnen recht und ich weiss auch nicht, wie man das im System sozusagen implementieren könnte. Vielleicht eher, was ich kenne aus Österreich, dass man das in Form von so quasi temporären, kleinen Schulprojekten mal macht. Da ist man immer wieder mal in Schulklassen reingegangen als Lehrpersonal der Universität. Aber in Zürich der damaligen Zeit waren das eigentlich fest installierte Lehrerinnen und Lehrer, die einfach eine oder zwei Schulklassen hatten. Genau. Also wenn Sie mal, wenn wir nochmal einen Sprung in die heutige Zeit machen. Sie sind jetzt Lehrschulinhaberin, Professorin für mittelalterliche Literatur. Jetzt kommen die von der Schule und sagen, gut, ich studiere jetzt mal Germanistik. Wie hoch ist denn der Prozentsatz, kann man das sagen, von denen, die dann in der Mittelalter-Germanistik bleiben? Ich sage jetzt etwas ganz Unorthodoxes und kann es aber auch nicht auf die Universität Augsburg beziehen, weil hier bin ich noch etwas zu kurz. Ich kenne es eigentlich eher aus Salzburg. Grundsätzlich gibt es sozusagen innerhalb dieser Teilfachzuteilung so ein bisschen die Ansicht, ja, also die ältere deutsche Sprach- und Literatur ist das kleinere Teilgebiet als die Neugermanistik. Ja, das ist ja auch vom Personal her so, von den Studierenden. Ich habe es aber seit Beginn meiner Tätigkeit an der Uni immer wieder so erlebt, dass doch überdurchschnittlich viele Leute dann in unserem Bereich kommen und das dann sogar manchmal so ein bisschen zu Spannungen zwischen den Teilfächern führte. Wie das hier ist, kann ich noch nicht so sagen, aber wir können uns nicht innerhalb der Germanistik über die Studierendenzahlen beschweren. Ich glaube, dass es einfach auch eine Frage des Charakters ist, ob man sich wirklich sozusagen mit diesen Fundamenten beschäftigen möchte. Gibt es aber doch immer wieder und ich meine, der Abschluss letztendlich ist der gleiche. Also hat man einen Bachelor in Germanistik, einen Master in Germanistik oder ist Lehramt, wo genau der Schwerpunkt lag, ist sozusagen unabhängig davon, ist man diesen Abschluss in Germanistik. Also das sozusagen spielt in der Hinsicht nicht so eine Rolle. Ich kann mir aber gut vorstellen, Frau Bleuler, dass nach dem Gespräch heute durchaus einige Studierende überlegen, na, das ist doch ganz spannend, was sie da machen. Ja, also wir freuen uns. Und ich würde auch gerne mal so eine Handschrift näher angucken und vielleicht mir diese interessanten Fragen stellen. Wir haben die Leute dort gedacht, gelebt und was davon ist eigentlich in unserer Kultur noch vorhanden oder worauf passiert eigentlich unsere eigene Welt, unsere eigene Kultur. Ich möchte Ihnen noch eine abschließende Frage stellen. Wenn Sie jetzt fünf Jahre weiterdenken, was hätten Sie da gern geklärt? Hätten Sie gern aus der Manesse-Handschrift mehr Autoren identifiziert? Also wir haben ja ein konkretes Vorhaben, was im Moment aber noch lange nicht realisiert ist. Und zwar erstellen wir eine digitale Transkription von dieser Handschrift. Das muss ich in zwei Sätzen erläutern. Also die Handschrift ist ja in dieser mittelalterlichen gotischen Buchschrift verfasst. Das kann man prima vista oft gar nicht so gut lesen. Eine Transkription ist einfach eine zeichengetreue Abschrift mit normalen, mit modernen Schriftmöglichkeiten, also computertechnisch heutzutage. So etwas haben wir vom Kodex Manesse nicht. Wir haben eine sogenannte diplomatische Abschrift, die stammt aus dem Jahr 1909. Die ist in Buchform veröffentlicht und die ist auch ziemlich fehlerhaft. Und unser Projekt hat auch als Aufgabe, eine eben solche digitale Gesamtabschrift des Kodex Manesse zu erstellen. Das heisst, mein Ziel, und das wäre in fünf Jahren zu schaffen, das ist ungefähr der Rahmen, den wir uns vornehmen, dass wir dann die gesamte Handschrift in der Weise transkribiert haben, dass man sie, egal wo auf der Welt, sozusagen über Google als Schrift, also als maschinenlesbarer Schrifttext aufrufen kann. Und wir haben auch, und da sind wir im Moment im Aufbau vor, das dann mit bestimmten Informationen zu versehen, die man dann quasi in Form einer Datenbank eben abrufbar machen kann. Und damit kann man diese Handschrift als Laie oder als Wissenschaftler dann online beforschen. Also so farbig und schillernd, wie Sie das jetzt beschrieben haben, kann ich mir vorstellen, viele warten jetzt da drauf. Die sagen, in fünf Jahren, da möchte ich aber bitte auch mal diese Handschrift lesen, vielleicht auch mit den Bildern dazu. Und die Bilder, die werden wir da als Verknüpfungen abrufbar machen. Also man wird sozusagen, im Prinzip wird das eine Forschungsplattform zum Kodex Manesse, wo man zum Beispiel sagen kann, nur als kleines Beispiel, es gibt fünf verschiedene Buchmaler, die mitgearbeitet haben. Man kann sagen, ich möchte jetzt mal von diesem Maler alle Bilder sehen. Und dann werden einem diese ganzen Miniaturen angezeigt. Oder ich möchte mal alle, sage ich jetzt mal, Kreuzzugsgedichte mir anzeigen lassen. Dann kriegt man eine Übersicht und kann da einzeln reinspringen. Also es wird nach bestimmten Suchmöglichkeiten durchsuchbar sein, das Dokument. Man muss eben eines sehen, das war deren Gegenwart. Ja. Wir denken ja immer, das ist alles eine weit entfernte Vergangenheit. Aber für die Leute damals war das deren unmittelbarste Gegenwart. Ja, beziehungsweise, das muss ich doch noch sagen, da sie auch Lyrik gesammelt haben, die ja schon 150 Jahre alt war, hat es zum Teil auch schon diesen historischen Blick auf diese höfische Kultur. Ja, das nur als Anmerkung, die Stauferzeit war vorbei und der Kodex Manesse ist eigentlich ein Rückblick auf die Stauferzeit und gleichzeitig eine Verherrlichung der Stauferzeit, indem die staufischen Kaiser mit Miniaturen, also mit Autorenporträts vorneweg gestellt werden. Ja, so werden Geschichtsbilder konstruiert. Genau, also eigentlich wird damals schon ein Geschichtsweg konstruiert. Ein typischer Aspekt einer medial standardisierten Vermittlung, wenn man es mal so sagen darf. Ja, vielen Dank, Frau Bleuler, für das inspirierende Gespräch. Schön, dass Sie an unserer Universität sind. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen, dass ich eingeladen war und ja, also ich freue mich, hier zu sein. Und wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefällt, was wir hier machen, empfehlen Sie uns gerne weiter.